Recycling Recycling bedeutet Rückgewinnung von Wertstoffen. Wie wird aus einer Flasche wieder eine Flasche? Alle leeren Glasbehälter sind wertvolle Rohstoffe, die wir zu Hause sammeln und dann nach Farben in den Glaskontainer werfen. Weiß, grün, braun. Der Container wird von einem Recycling-Unternehmen abgeholt und das ganze Glas in einer Aufbereitungsanlage Farbe für Farbe sortiert und gereinigt. Die Glasscherben werden dann zu einer Glasfabrik gebracht, zu flüssigem Glas geschmolzen und daraus werden dann wieder neue Flaschen geformt. Neues Glas wird aus Quarzsand hergestellt und das ist viel teurer und kostet viel mehr Energie als die Herstellung mit unserem Altglas. Also ab in den Glaskontainer, damit wieder was Neues draus wird. Recycling, das Beste was wir tun können.